Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Alles im Griff im Online-Marketing-Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder reinhörst, denn heute werden wir uns wieder über ein ganz spannendes Online-Thema hermachen, nämlich über deine Website und über das Website-Marketing. Du hast vielleicht eine großartige Website, auf die du ja ganz besonders stolz bist und das Problem ist nur, die Menschen, die auf deiner Website landen, sei es zum Beispiel über Pinterest oder über Social Media, die tun so, als müssten sie flüchten vor irgendetwas. Und ja, ich habe dir heute mal ein paar Gründe mitgebracht, warum das so sein kann. Also warum Menschen, die auf deiner Website gelandet sind, sofort wieder das Weite suchen. Und da ist bestimmt der ein oder andere Tipp dabei, den du ganz, ganz schnell und ganz einfach umsetzen kannst, sodass die Menschen sich auf deiner Website wohler fühlen und auch länger dort bleiben. Bis gleich! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich Willkommen wieder zurück hier bei Alles im Griff im Online-Marketing. Wir starten jetzt direkt los mit den, ja, elf Gründen, woran es liegen könnte, dass die Leute fluchtartig deine Website verlassen. Der erste Grund, ich glaube, dass es jedem schon mal so gegangen ist, deine Website lädt langsamer als ein Faultier im Schneckentempo. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr harsch ausgedrückt und sicher ist es auch nicht so schlimm, aber das kennt man von sich selber, wenn man eine Website ansteuert und sie lädt und lädt und lädt und sie spuckt keine Ergebnisse aus, dann ist man ganz schnell versucht, das X zu klicken und sich eben eine andere Website zu suchen. Und nur wenn das Interesse ganz, ganz groß ist, dass man genau auf diese eine Website surfen möchte, dann hat man vielleicht noch die Muße, ein bisschen länger zu warten. Aber eine lange Wartezeit ist weder für die Besucher deiner Website noch für Google ein gutes Zeichen. Das heißt, da solltest du unbedingt schauen, dass deine Website gute Zeiten abliefert. Das kannst du über bestimmte Tools abrufen. Du kannst auch nachschauen, woran es liegen kann, dass deine Website langsam ist. Ich sage mal Stichworte zu große Bilder. Vielleicht kannst du auch bei dem Hoster nach einem anderen Hosting-Package fragen, wo du auf anderen Servern liegst. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Website mit relativ schnellen Mitteln oder kleinen Mitteln schneller zu machen, so rum. Und ja, wie gesagt, darüber freuen sich sowohl die Besucher der Website als auch Google. Zweiter Punkt ist, ja, die nervigen Pop-Up-Fenster. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich ein großer Freund von Thrive Leads bin und dass man da auch ganz schnell overdeliveren kann. Das heißt, dass man viel zu viele Pop-Ups und Banner und irgendwelche von der Seite reinfliegenden Leads-Opt-Ins irgendwie aufrufen kann und anbringen kann auf der Website. Und ja, da ist es tatsächlich wichtig, dass du ganz, ganz doll darauf achtest, dass das nicht einfach nur noch nervig ist. Ja, und das zum Beispiel auch, ganz wichtiger Punkt, solche Sachen ganz schnell wegklickbar sind. Das heißt, die Leute, es ist vollkommen okay natürlich, wenn du versuchst, Leads einzusammeln und es ist auch vollkommen okay, dass das mit einem Überraschungseffekt passiert, also dass da von rechts irgendwas reinslidet zum Beispiel. Aber gib den Leuten auch die Möglichkeit zu sagen, nee, das interessiert mich gerade nicht. Ich möchte mir die anderen Inhalte der Website anschauen und dass sie es dann eben ganz einfach wegklicken können. Wichtig ist eben zu jeder Zeit, dass die Leute in Ruhe auf deiner Website stöbern können und eben nicht durch irgendwelche nervigen Pop-Ups und Co. ja, dabei gestört werden. Dritter Punkt ist, auch super, super wichtig, sehe ich auch total häufig, dein Angebot ist verwirrender als eine Kiste voller Puzzleteile ohne Anleitung oder vielleicht ein Ikea-Schrankaufbau ohne Anleitung. Denn, ja, das ist, wenn die Leute nicht sofort verstehen, was sie bei dir kriegen können, ja, und was du ihnen verkaufst, dann sind sie auch wieder weg. Also niemand möchte auf der Website sein und rumrätseln müssen, was du wohl zu verkaufen hast. Also mal abgesehen davon, dass es viel zu viele Websites auf dieser Welt gibt, wo überhaupt gar keine Angebote enthalten sind oder zu finden sind. Also selbst wenn ich mein Geld ausgeben wollen würde, würde ich kein Angebot finden, was ich mir kaufen kann auf der Website. Aber es gibt eben auch viele Webseiten, da sprießt es nur so vor Angeboten und es ist total unübersichtlich und man kennt sie überhaupt gar nicht mehr aus. Wichtiger Punkt an dieser Stelle auch, es ist nicht die Aufgabe deiner potenziellen Kunden, sich das richtige Angebot aus 20 verschiedenen Angeboten rauszusuchen, sondern deine Aufgabe ist es, dass du den Interessenten deiner Angebote so präsentierst, dass sie ganz genau wissen, wo sie zugreifen müssen. Und da ist es manchmal besser, wenn man von einem Angebot zum Beispiel nur zwei verschiedene Ausprägungen hat, als Beispiel ein Basisangebot und ein VIP-Angebot, als dass man wirklich sagt, und wenn du dann noch dies brauchst, dann buchst du lieber das und wenn du dies brauchst, dann vielleicht doch lieber das. Das ist zu verwirrend, ist für den Interessenten überhaupt gar nicht nachvollziehbar, weil er deine Angebote ja auch nicht so gut kennt wie du und das solltest du unbedingt von der Website weglassen. Das ist überhaupt gar keine gute Idee. Und wenn du das Gefühl hast, du musst dein Angebot ganz, ganz dezidiert den Interessenten erklären, dann würde ich dir erstens raten, überdenke deine Angebotsstruktur und zweitens würde ich dir raten, biete lieber ein Erstgespräch an, sodass du das tatsächlich in einem Erstgespräch mit deinen potenziellen Kunden besprechen kannst, was sie brauchen. Vierter Punkt ist, deine Navigation auf der Website ist so kompliziert, dass es an eine Schatzsuche erinnert. Ja, wo finde ich was und wo war noch und wie komme ich jetzt zu dem, was ich suche? Aber auch hier, das schließt sich so ein bisschen an den vorherigen Punkt an, deine Website sollte keine Schatzsuche sein, ja, sondern es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich jederzeit zurechtfinden können, dass sie jederzeit zurückfinden können und dass du die Navigation so einfach machst, dass sie ja nicht verloren gehen auf deiner Website. Es ist, das rate ich auch immer, dass man bei den Header-Begrifflichkeiten vielleicht nicht unbedingt, ja, super fancy Marketing-Ausdrücke benutzt, sondern dass man lieber von dem Bedürfnis oder dem Schmerz oder der Wunschlösung des Kunden ausgeht. Also als Beispiel, dass ich zum Beispiel sage, mehr Fokus fürs Marketing. Das heißt, wenn die Menschen sich mehr Fokus wünschen, wissen sie, ach ja, guck mal, unter diesem Menüpunkt muss ich schauen. Oder wenn du sagst, Kopfschmerzhilfe, wenn du irgendwas mit Kopfschmerzen machst, dann wissen die Leute auch, ah, okay, da finde ich die ersten Tipps in Sachen Kopfschmerzhilfe. Wenn du das aber nennst irgendwie, keine Ahnung, Headache-Saver oder irgendwie sowas, dann ist es nicht sofort erkennbar, was sich dahinter verbirgt. Es wird kompliziert und da haben die Leute einfach keinen Bock drauf. Die Leute haben heutzutage eine Aufmerksamkeitsspanne, die sehr, sehr übersichtlich ist. Die Leute haben überhaupt gar keine Lust, sich die Informationen zusammenzusammeln. Denn die Leute sind lesefaul, das heißt, mach es kurz, mach es prägnant, mach alles gut erkennbar. Und ganz, ganz wichtig, das ist der Tipp schlechthin, also wenn du dir nur irgendetwas aus dieser Podcast-Episode mitnimmst, dann das. Lass jemanden, der nicht vom Fach ist, über deine Website drüber gucken und dir Feedback geben, ob er sich auf der Website zurechtfindet, was er nicht versteht, wo er nicht weitergekommen ist. Das sind die wertvollsten Feedbacks, die du bekommen kannst. Okay, also das war Punkt Nummer vier. Deine Navigation sollte möglichst aufgeräumt, klar und strukturiert sein. Problem Nummer fünf, warum die Leute immer von der Website abspringen, ist, dass die Texte vollgepackt sind mit Fachbegriffen, als ob du ein Geheimagent wärst. Also Fachbegriffe sind ja wie eine Geheimsprache, die nur du und Menschen verstehen, die auch von deinem Fach sind. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht auf der Website überhaupt gar keinen Grund, warum du eine Geheimsprache verwendest. Denn wahrscheinlich machst du dein Business nicht für deine Kollegen oder Menschen, die auch von Fach sind, sondern für Menschen, die eben nicht von Fach sind. Das heißt, du solltest eben nicht diese Geheimsprache verwenden, sondern eine klare und einfache Sprache, damit der Besucher auch nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie doof ist oder zu doof, irgendetwas zu verstehen oder dass er erst Mitglied einer geheimen Gesellschaft werden muss oder dass er irgendwie erst mal nachschlagen muss, was die Begrifflichkeiten bedeuten, sondern deine Texte sollten einfach und klar und deutlich sein. Sechster Tipp oder sechster Fehler, den viele machen, du schreibst Sätze, die länger sind als die Schlange vor dem Kuchentresen. Und an dieser Stelle darf ich mich an die eigene Nase fassen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Jurastudium zusammenhängt, keine Ahnung. Ich schreibe sehr gerne sehr lange Sätze und ich arbeite sehr stark daran, das nicht mehr zu tun, denn es ergibt, also es ist anstrengend zu lesen. Das weiß ich auch selber, wenn ich Texte von anderen Menschen lese, die auch sehr lange Sätze schreiben und ich merke das insbesondere dann, wenn ich Texte von Menschen, die zum Beispiel in einem Walter App lese oder auch in einem Tim Gehlhausen, die wirklich sehr kurze Sätze verwenden, die sehr viele Absätze machen, nächste Zeilen machen, dass das viel, viel einfacher zu konsumieren ist und auch schneller zu konsumieren ist. Das heißt, mein Appell an dich und an dieser Stelle auch an mich selber, halte deine Sätze kurz und knackig, so wie die Wartezeit auf den Kuchen, an der Warteschlange oder an der Kuchentheke und dann mögen die Leute auch länger verweilen und mögen auch mehr lesen. Siebter Fehler, den viele machen, ist ein unruhiges und unübersichtliches Design. Auch wenn die Menschen immer wieder behaupten, dass hinter Chaos ein Genie steckt, ich glaube da nicht so richtig dran, gerade wenn es um die Website geht. Also eine Website sollte nicht so aussehen, als hätte ein Tornado darin gewütet, sondern sie sollte auch, was das Design angeht, möglichst klar und übersichtlich sein. Das bedeutet zum Beispiel, dass man keine x verschiedenen Textarten und Textgrößen verwendet, dass man einheitlich ist, was die Farben angeht. Das bedeutet auch, dass man schaut, dass man auf den Webseiten immer wieder die gleichen Elemente verwendet, damit es einfach ein ruhiges und übersichtliches Design über die komplette Website ist. Auch das ist wichtig, damit Menschen sich wohlfühlen, auch das ist wichtig, damit Menschen gerne auf deiner Website verweilen. Darauf solltest du unbedingt achten. Der achte Punkt ist, dass deine Website klingt wie eine Geisterbahn mit schaurigen Soundeffekten. Also ich weiß nicht, ob du das auch so verwirrend findest wie ich, aber Soundeffekte auf einer Website, deren URL nicht gerade YouTube ist, finde ich eher ungewöhnlich. Das heißt, wenn ich auf eine Website komme oder wenn ich eine Website ansteuere, ist es auch oft so, dass ich im nächsten Schritt schon den nächsten Tab aufmache, weil mir zum Beispiel gerade was eingefallen ist oder ich möchte, während die Website lädt, noch kurz irgendetwas gegenchecken. Und da finde ich so gruselige Soundeffekte oder so, direkt wenn ein Video losgeht mit ganz komischen Tönen oder so, das finde ich total unangenehm. Also ich gehe dann natürlich zurück auf die Website, aber ich bin eher versucht, diese Website direkt zu schließen, als dass ich neugierig bin zu gucken, woher denn diese Geräusche kommen. Also achte bitte unbedingt darauf, dass wenn du Töne benutzt, dass wenn du Videos benutzt, dass wenn du Soundeffekte benutzt, dass du auch darauf achtest, dass die Soundeffekte passen und nicht total aus dem Rahmen fallen. Der nächste Punkt, da musste ich bei der Vorbereitung auch sehr schmunzeln, weil ich tatsächlich auf eine Website gestoßen bin, wo das so war. Und zwar gibt es so Websites, wo Referenzen drauf sind von Anno Dazumal. Also gerade, wenn du schon sehr lange in deinem Business unterwegs bist und du hast Testimonials auch schon vielleicht aus der Anfangszeit deiner Online-Tätigkeit, dann überleg dir, wie aussagekräftig Bewertungen von Anno Dazumal sind. Ich finde das eher so ein bisschen befremdlich, wenn ich sehe, dass jemand eine Bewertung von vor fünf oder vor zehn Jahren auf der Website hat, weil ich mir denke, oh, kommt da nichts Aktuelleres mehr rein? Ist die Person überhaupt noch tätig? Das ist übrigens auch super, super wichtig. Kleiner Sidekick an dieser Stelle wieder, dass du schaust, dass die Website jederzeit aktuell ist. Ich finde es zum Beispiel schon ganz komisch, wenn im Footer drinsteht, gibt es ja ganz oft dieses Copyright-Zeichen und da steht dann drin 2021. Dann denke ich mir halt, ist diese Person überhaupt noch aktiv? Also ist diese Website up-to-date? Sind die Preise up-to-date? Sind die Angebote up-to-date? Achte also unbedingt darauf, dass sowohl die Referenzen als auch überhaupt die Website immer aktuell wirkt, damit du da ja einfach keine Verwirrung auslöst. Der zehnte Punkt und damit der vorletzte Punkt ist, dass deine Website aussieht wie ein Regenbogen nach einem Konfetti-Unfall. Also Konfetti an sich ist ja eine super Sache, vor allen Dingen auf Kindergeburtstagen und vor allen Dingen dann, wenn es nicht nass wird. Aber eben der Farbenrausch auf deiner Website kann Besucher blenden und das ist auch etwas, was ich oder was ja so ein bisschen mit dem sechsten oder siebten Punkt zusammenhängt, dass das Farbschema, das du benutzt, einfach und ansprechend ist, damit sie nicht das Gefühl haben, oh, ich bin hier auf einem Regenbogen gelandet und bin jetzt irgendwie in einer ganz anderen Sphäre, sondern dass sie einfach merken, wie soll ich das sagen, das ist ja nichts, was aktiv passiert, dass jemand jetzt merkt so, ah, okay, jetzt bin ich hier auf der und der Website und diese Person möchte mit ihren Farben das und das ausdrücken, das passiert ja nicht. Sondern gerade was so Farben und Design angeht, das ist ja etwas, was total unterbewusst passiert. Das heißt, achte darauf, dass die Farben und auch die Formen und das Design, das Branding zu dir und dem passen, was du ausdrücken möchtest. Kleines Beispiel, als ich mit meinem Business angefangen habe, da hatte ich ja von Design und Branding für Websites noch überhaupt gar keine Ahnung und da war meine ganze Website ungefähr in dem Farbton, den jetzt meine Call-to-Action-Button haben. Das heißt, das war so ein Rosé und ich habe dann, da war dann irgendwie ein Grün mit dabei oder so ein Türkis und das waren, also mir haben die Farben gut gefallen, aber sie haben so überhaupt nicht ausgedrückt, was ich mit meinem, ja, mit meinem Business transportieren wollte. Also das Einzige, was sie vielleicht ausgedrückt haben, ist, ich möchte gerne mit Frauen zusammenarbeiten, aber ansonsten war das so überhaupt gar nicht meins, bis ich dann tatsächlich ein professionelles Branding mir habe machen lassen und dann war es ja zunächst in der Pinterest-Zeit dieses blau-orange-gelb und jetzt ist es eben das dunkelblau-hellblau-braun und das, ja, das gibt mir das Gefühl, das ist so ein bisschen geerdeter und es passt so ein bisschen mehr zu dem, was ich tatsächlich auch mache. Also sprich, diese Coaching-Sache, die Beratungssache, diese Content-Kreation, es hat für mich irgendwie, ja, eben was Geerdetes und was was Routiniertes und was Beständiges. So, und du merkst schon, mir ist wichtig, was ich mit meinen Farben ausdrücke, mir ist wichtig, was ich da unterschwellig transportiere, indem ich meine, ja, meine Branding-Farben benutze und auch wenn es dir total gut gefällt, wenn alles rosa und gelb und quietschig ist, das kannst du auch super gerne irgendwie bei deinen Klamotten oder keine Ahnung wobei nutzen, aber es ist wichtig bei der Website, dass du dir Gedanken darüber machst, was du transportieren möchtest, wer deine Wunschkunden sind, wen du ansprechst, möchtest. Es ist, als Beispiel, es ist ja nicht umsonst so, dass viele Banken blaue Farben haben, weil das eben blau wird mit Finanzen assoziiert, mit Beratung, mit, ja, mit einer bestimmten Formalität, während andere Farben, wie zum Beispiel Lila, da geht es dann ins Spirituelle und so, also Farben haben ja eine bestimmte Transportfunktion auch und die solltest du auf jeden Fall kennen und du solltest wissen, dass mehr Farben nicht unbedingt besser sind, ja, sondern das klar und aufgeräumt und vielleicht dezenter die bessere Wahl ist. Denn dezent heißt nicht unauffällig, sondern dezent heißt einfach zurückhaltend im Sinne von, ich will dich nicht mit meinen Farben, mit meinen Website-Farben anschreien. So, aber vielleicht, ja, ist ja das Thema Design für die Website nochmal eine ganz eigene Kiste. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Last but not least kommt Punkt Nummer 11, nämlich, deine Website ist voller Schreibfehler und wirkt, als ob ein Papagei sie getippt hätte. Schreibfehler können super lustig sein, auf jeden Fall, aber nicht, wenn sie deine Seriosität in Frage stellen und es ist wirklich nicht so schwierig, die Texte, die man auf eine Website einstellt, vorher durch einen, durch ein Korrekturtool laufen zu lassen oder zumindestens die Texte in Google Drive vorzuschreiben, in einem Google Doc, wo eh schon eine Schreibprüfung enthalten ist. Es gibt auch ganz, ganz viele tolle Browser-Tools, die deine Texte schon bei der Eingabe überprüfen, ob sie korrekt geschrieben sind, die du direkt korrigieren kannst. Und in Zeiten von Online-Tools, wo eben das möglich ist, möchte ich eigentlich keinen einzigen Schreibfehler mehr auf Webseiten sehen. Ja, finde ich eher peinlich und finde ich auch eher unseriös. Und deswegen auf jeden Fall da auch nochmal so ein bisschen der Appell an dich. Logisch kann man sagen, Tippfehler können passieren, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn du ein ordentliches Programm auf deinem Browser hast, wenn du deine Website bearbeitest, dann kann das eigentlich nicht passieren. Dann musst du hellhörig werden, wenn da rote Kringel unter dem Wort sind und musst zumindest irgendwie überprüfen, ob die Schreibweise richtig ist oder nicht. Ja, last but not least noch ein kleiner Extra-Tipp. Wenn du gerne mal möchtest, dass jemand von außen auf deine Website schaut, dann kommt hier mein Angebot, dass ich ganz unverbindlich mir deine Website anschaue und wir darüber sprechen, wo ich das Gefühl habe, da ist Verbesserungspotenzial und da könntest du noch Dinge anders machen. Und wenn du da Lust zu hast, dann kannst du super gerne mir eine E-Mail schreiben. Das kannst du sowieso immer gerne. Ich antworte selber auf die E-Mails. Ich freue mich drauf, wenn du mir schreibst und zwar an info at silkeschönweger mit oe.com und dann machen wir einfach einen Termin aus, treffen uns auf einen Kaffeeschnack und ich schaue mir deine Website an und gebe dir direkt unverbindlich und kostfreie Rückmeldung. So, und dann war es das schon wieder mit dieser Podcast-Episode. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Tipp oder die ein oder andere Anregung mitnehmen können. Ich wünsche dir eine ganz fabelhafte Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger. Dreierer. Dreier. Bis zum nächsten Mal.